Herzlich Willkommens von der Weisungsvorderung gerade auf dem Spiel 7, 2, ne, das, die, du, das ist ganz dummisch, kann nicht aussprechen, egal, was geht es hier ums Überleben, Überlebenskampf pur, ich bin in der Eiswüste, da kommen wir nicht runter, das ist gefährlich, da geht es, ich möchte eigentlich von hier weg, das heißt, wir suchen uns ein neues Heim, wir suchen mal in einer wärmeren Gegend, wir gehen Richtung Süden, wir folgen mal der Straße Richtung Westen, erstmal, und später Richtung Kreuzfeld nach Süden zu gehen. Der Tag ist relativ früh, ich habe die Tagezeit ein bisschen verlängert, um länger im Hellen spielen zu können, um es auszuschaffen im Prinzip, also ist ja im Prinzip fast immer unmöglich hier etwas auszubauen, und später, wenn wir was anbauen können, werden wir hier kaum was anpflanzen können, das heißt, wir brauchen eine wärmeren Gegend, da sicherlich ein schönes Haus finden oder eine neue, ja, Basis kann man sagen, später werden wir hier mal zurückgehen und den Rest holen und da ist, ne, Die Kiste bleibt ja Ich habe hier einen neuen Hammer, die gekräftet, den Rosen So, das heißt, auf vier Ich bin dann mal gespannt, wo wir da rauskriegen, Schrott auf jeden Fall, das ist gut, hauptsächlich weg, keine Zombies auf Noch ein Erfahrungspunkt, aber wenig weg, Tja, habe ich wach gemacht, hauptsächlich Und gleich weg, hauptsächlich, hauptsächlich So, wieder bis los kommt, wir haben wieder einen Speer, falls wir ihn brauchen erst mal aber nicht kämpfen wenn man ein bisschen schon wenn sowieso nicht mehr hier schon mal tag auch hier muss ein Nest sein, diese großen dicken hier, stabile, hier ist das Thomas, muss verheißend sein leer oh, was essbares tschuld kreuzung wie gesagt, ich wollte irgendwann mal Richtung Westen äh, Nord, äh, Süden da hätten wir schon weiter, wie glaubt man durch weil mir ist mir zu kalt es dauert später will ich noch was abbauen, Mais oder dem gleichen um mir nahrungsmäßig unabhängig zu machen das heißt, wir müssen hier weg jetzt kommt eine Stadt ok so, wir müssen langsam gehen das sah ein schönes Haus aber oh, Beute aber heute gehen wir nicht so Jagd wir haben genug Essen da Bären mit Bären kommen wir noch eine Weile aus Wasser auf, haben wir auch genug Vorräte wir müssen mal schauen, dass wir jetzt irgendwie scheitern können wir jetzt sammeln und die brauchen nämlich immer für Pfeile, Werkzeuge, Steine brauchen wir immer mit dem Gebäude gehen wir lieber nicht rein die Stadt sind wir noch zu schwach zerlegen kann ich gerade sehen oh oh ja, schöne Beute, ne dann holen wir gleich weg wir müssen wir müssen auch das ist das ist der das war eben knapp würde mich ja im grunde interessieren weil es ja aber wie kommt man nach süden also strafmäßig der zeit noch mal Richtung westen also das ist eigentlich eine kreuzung aber ich schau mal hier die gebäude an hier mal kurz hier außerhalb der hat nix naja nicht ablenken lassen von der entfernung wir gehen nach wir gehen nach süden das nord alles süden und geld ja dann geld in den bürsack rein wären Nix drin. Dach. Heute brauchen wir nicht her, das heißt hier wenn man diese Typen und Meiden später das Sinn macht, können wir hier angreifen. Zur Zeit macht es eher keinen Sinn. Ein paar Steine sammeln, wir müssen ja nicht jeden nehmen, aber halt fast jeden, ne? Ja, ist brauchbar. Klebe man das mal gut. A-Sole wird weiter. Das kann es nicht laufen. war der Rucksack schön oder dergleichen war dann gut dieser Lehmann richtiger zumal wir im Prinzip noch weit weg vor uns haben das war eigentlich glaube ich ein großer Eisenhammer da hauen wir ab der ist ziemlich zäh wir gehen nach Süden ich bin schon mal an das ist schlecht was machen wir da Pause das einzige wäre eine Kiste bauen und geglaubt das könnte man so Schnee lassen wir hier wir können zwar die Dinger gut getragen die Spikes aber sind gerade alleine können wir mal gucken wir haben wir haben sie wir haben sie nicht mehr also also Pfeile und Bogen würde ich gerne aufheben für für lohnende Ziele also richtig was lohnt sagen wir mal so sagen wir mal so hier hier und hier ist noch nicht grün also das grün kommt jetzt also wir haben ja schon mal die erste Tappe geschafft die verlassen die kalte zone die verlassen die kalte zone wir erklären den grenzfluss das ist mir zwar nicht ganz logisch wie das funktionieren soll aber gut ist halt so ne jetzt habe ich mir den hammer aus eisen aufsteigen gemacht und wir kriegen den auch stahl mal dazu sagen den können wir garantiert nicht reparieren und hier sind somit ein bisschen leichter zu besiegen auf jedenfalls hier brauchen wir jetzt ein haus wo wir übernehmen können wo man sagen könnte dass es sich jetzt lohnt am besten mit zwei etagen groß nicht zu groß eine tasche lampe und hier und hier gehen wir hier lang wenn wir den Müll an der Straße was ausstrich suchen und jetzt haben wir sechs Taste in die Uhr wir müssen im Laufe des Tages und überladen ein einsames Häuschen wäre gut wo man drin sieht und relativ wenig Aufwand ausbauen könnten hier ist Blech noch mehr Blech Tisch Schrott wird man gut verwerten noch mehr Schrott das war eine Garage die sieht man sehr wütend gewesen da kommen wir nicht rein vielleicht gibt es einen anderen Eingang das runde schon mal perfekt ist abgesichert das runde schon mal perfekt ist abgesichert das runde schon mal perfekt ist abgesichert die Dinger pieksen ganz schön die tun mir weh ich vermute wir hier drin sind bauen wir neue Tüle wir haben ja dabei hier können wir erstmal aufbauen wie ein bisschen das ist das ist wir tun wir tun die ich Jemand sauer. Ich hätte mir einen Schlafsack bauen sollen. Sonst muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Das sind nicht der Ort, der mir erscheint. Das ist zu viel, was ich schaffe. Ich rückwärts. So, gleich mal eine Kiste bauen, dass ich ein bisschen leichter bin. Das können wir nicht immer noch rechnen, das finden wir später. Na, so leichter werden. Irgendwann werden wir sortieren. Tabletten sind gut. Die hat mich am Leben. Können wir rausnehmen. Sparen wir so ein bisschen. Können wir essen. Federn. Nähzeug. Faserhosen. Hätten wir auch mal entsorgen können. Anführungszeichen. Jetzt mal ein bisschen schauen. Kurz reparieren. Was wir noch für eine Trinne haben im Haus hier. Wir haben noch nicht gedacht, dass einer noch lebt hier. Ja. 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 He, euch alleine im ganze Haus. Was ist das? Was ist mein Tod? Oder drei. Oder vier. Aber ich brauche ihn in der Zukunft. Erscheine auf dem Bett. Erscheine auf dem Bett. Vielleicht finden wir eben was Gutes. Waffentechnisch. Meine Hoffnung. Das haben wir schon mal gefunden. Eine Rose. Klingt zwar voll. Maschinengewehr. Ich leite dich so an. Was ist denn hier? Das ist noch gar nicht. Hose. 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 Das ist noch ein bisschen mehr Schatz. Jetzt meine Tasche wieder deberermahe. Die ist da irgendwo. Die ist da irgendwo. Ich traue mich gar nicht weiter zu suchen. Hier haben wir noch mindestens 4 Zombies. Das kann man auch zerlegen und entsprechend ausrüsten. Jetzt kann man schön entsorgen. Schade, dass man nicht speichern kann. Hier drin ist nichts mehr. Wir müssen die Zombies erledigen. Dann können wir hier entsprechende Ressourcen reparieren. Dann können wir beim Durchsuchen Ja, Internet. Großteilfernseher. Das haben wir hier schon mal. Die waren schon mal gewesen. Die drei Typen. Das ist ein Stuhl. Auf der Basis wollen wir aufbauen wieder. Ja, kann man sehen. Meine Herren, das schützt mich schon ein bisschen. Mal zu sagen. So, die Bären sind auf 5. Das ist nicht viel. Samen. Zierfett. Geld. Patrone. Licht ist gut. Dann funktioniert. Klamotten. Schuhe sind überhaupt. oder die angezogen super schon perfekte klammern das passt darüber da bringen wir ganz kurz das soll noch mindestens zwei da sein so uhrzeit der aufnahme schon halb stunde so kurze unterbrechung beende mal die folge jetzt gerade günstig wir sehen uns gleich das für nichts weil wir ich noch mal kurz pause und dann geht weiter ich danke aus fürs reinschauen